Heute sind wir im Yoshida Dojo, alter Bekannter, kennt ihr hundertprozentige Shida. Wie ihr seht sind die Hallen nicht besonders groß hier, aber es reicht um erfolgreiche Kämpfer zu schmieden. Da sind die Umkleiden. Wie geht's los? Ja. Also liebe Braunfels Zuschauer. Heute wieder mal eine Legende des japanischen MMA-Sportskaps Jiro Nakamura. Er hat sie, glaube ich, alle gekämpft, unter anderem Wanderlei Silva aus Deutschland, Stefan Leco und jetzt zuletzt gegen Yoshida. Er hat Yoshida in Ruhestand geschickt und persönlich mein Held, weil er auch vom Judo kommt, eine Judo-Legende und auch eine MMA-Legende. So, ich werde jetzt mal fragen, wenn man so viel erreicht hat, was will man dann erst noch sehr jung, 32 Jahre, was will man dann noch erreichen? Now, like, you are a very successful Judo-Fighter, very successful MMA-Fighter, very successful Coach. What is your dream? What is your dream? I love the Judo-Fighter. Now, you succeed everything. Ich bin sehr gut, wie ich meine Judo-Fighter, Kaktogi-Fighter und Kaito. Judo ist bereits auf jeden Fall auf Japan und auf Japan und auf Japan. Also, ähnlich wie in Deutschland, ist das MMA, es ist zwar angekommen in Japan, aber trotzdem steht es in der Konkurrenz zu vielen anderen Sportarten. und er möchte halt das MMA weiter in Japan etablieren. Er möchte, ich sag mal, auch die Judo-Cars für MMA ermutigen, damit die hier das Land so ein bisschen übernehmen. Und jetzt ist er, jetzt ist er ein bisschen mit Omigawa und Ishii. Und wer ist das? Lazi. Lazi. Georgia. Also, was ist der nächste Fighter? Wer sind die nächsten? Omigawa in den nächsten Monaten, bei UFC. Da ist bei Madaliby. Manalibe. Ich bin meine ich nicht. Die Fonteur ist Berlin. Ok. Der Fonteur ist Berlin, ich möchte, aber ich hatte nicht mehr Zeit, Der Fonteur ist Berlin, in Wisconsin, in Berlin. Ok. Mmh, das ist Berlin. Warum? Nein. Also ich habe kurz gefragt, weil er ja der Trainer von Ishii, Umigawa und auch Rasu ist, ein georgischer Yuruka, den ich auch noch von früher kenne. Was sind jetzt die Pläne, was sind die nächsten Ziele? Ja, und er möchte Umigawa nächsten Monat bei der UFC, bei seinem UFC-Debüt unterstützen, er will, dass Umigawa gewinnt. Ja, das ist ja auch die Tragödie gerade in Japan, dass, ich sag mal, die heimischen Organisationen ihre Kämpfer gerade alle an die UFC abgeben, so auch Umigawa. Bei Ishii weiß er noch nicht genau, wer als nächstes ansteht und beim georgischen Kämpfer, der wird jetzt ein Debüt geben gegen einen koreanischen Kämpfer bei den Gladiators. Er hat noch vier Jungs, die Amateur kennen. Und noch vier Jungs, die wir jetzt nicht so gut kennen. Er hat noch vier Jungs, die Mannschaft den Mannschaften im Wolfsberg. Er hat noch einen deutschen Forderen gesagt, aber er macht nämlich nochaime. Er hat noch vier Jungs. Er hat noch vier Jungs geklert, aber erID hat noch vier Jungs. Und ich glaube, wie sieht der Jungs aus? und mehr komplette Spieler. Wenn wir mit uns ein Party machen müssen? Party? In Deutschland? When are you coming? When? When are you coming? Party? In the next year? In the next year? In the next year? I take you seriously. If you're not coming, I'm going to get you. In Germany? In Germany? Maybe, maybe. Maybe, maybe. But, 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 strong, strong, strong. Good technique. Don't worry, got to number one. Don't worry, got to, yeah, it's hard. I fight, I fight, Stefan Rebo. And Haritou, first. He was. He's stronger than Stefan that guy. And who, Haritou? Haritou, first. German. Maritou. Maritou. Kewan, Kewan. Oh, Kewan. He's stronger, you said you're stronger than those guys. Also, what he said, I'm not going to try to translate it. Because Leco is waiting on me, and I'm going to throw it out. But I think, he's just kidding me. Domo. Hello guys, we're here in Shibuya. We're here. We've trained very well and hard. The guys really wanted to know. But it had fun. And we can already say, that we've worked well with. What do you say, Nick? Claro. s A key Untertitelung des ZDF, 2020